Herzlich Willkommen und weiter geht's mit der nächsten Folge. Hallo. Immer noch die gleichen Chaoten am Start wie gerade. Ey, dieser abgefuckte Regen, ich könnte mich wieder aufregen. Wegen der Regen? Ja, der Regen ist voll laut in die Uhr, ey. Regen oder Regen? Regen. Regen. Nass Kopf Regen. Dann hat der Windows 7 hier. Ich hab dann das alles. Ne, ich hab 7. Ich hab 7. Wisst ihr wo die erweiterten Systemeinstellungen sind? Was suchst du denn? Also ich bin in den Systemeinstellungen. Und da muss irgendwo jetzt erweiterte Systemeinstellungen sein. Ne, aber was suchst du in den erweiterten Systemeinstellungen? Ich muss dann angeblich so Umgebungsvariablen... Gib's doch einfach in der Suchleiste ein. Erweiterte Systemeinstellungen, Anzeigen doch. Also wenn das das ist. Erweiterte... Ups, falsch geschrieben. Erweiterte... Ähm... Also, gonges, das was für die Part. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja. Und? Mal schauen, wie lang der war. Spitz, 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 spitz! Na, holz, gleich. Und? Und? Hä? Ich kann nicht sehen, wie lang der ist. Ich hab mir so einen Riesentheimer gebastelt. Der steht jetzt da unten auf dem zweiten Bildschirm. Und sobald 16 Minuten sind, blinkt das Ding rot. Ach, jetzt seh ich's endlich. Ich kann nicht sehen, wie lang der ging. Hä? Ja, warte ein bisschen. Nehmt jetzt eigentlich, äh, geht jetzt einer mit zu dem Türmchen, oder nicht, oder wie? Äh, ja, ich nehm jetzt gleich auch auf, dann komm ich mit. Aber ich weiß nicht zu welchen. Das sind drei. Diese Türme, die nach oben gehen, die sind mega, mega einfach. Ja, Aspart und ich... Ja, dann kann ich ja mal gucken, ob ich noch einen anderen finde, weil das sind drei Stück, die nach oben gehen. Achso, Umgebungsvariation. Ich brauch einen, der nach unten geht, die sind noch recht schwer. Da kommen auch voll die geilen Sachen raus. Ja, dann such ich mal so'n Ding. Ach ne, jetzt ist ja noch der abgefuckte Regenland. Ah, ich hasse ihn. Jedes Mal, wenn ich losgehe, ist Nacht und es regnet. Jedes Mal. Könnt ihr alle pennen gehen? Ich kann ja. Okay, dann gehen wir schnell pennen. Johannes? Johannes? Ja. 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 Das ist mal ne blöde Frage, was machst du den Umgebungsvariablen überhaupt? Schlafen. Okay. Drei, zwei, eins. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Exit. Mit dabei sind wieder Asparta, Cesar, Bernard und Tal. Hallo. 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 Scheiße. Du Wichser. Und du Wichser ist auch dabei. Rap ist abgebrochen. Oder abgestürzt. Tür. Wichser. So. Du habt es gehört? Hm? Was denn? Ich habe mein Handy. Achso. Warte, ich muss noch lauter. Warte. Ah. Und jetzt? Grüß dich, Sebastian. Hallo. Ey, soll ich mir die magische Nichtmuschel herunterladen, ne? Ja. Was ist das denn? Okay, mach ich mal. Irgendwas mit dem er uns jetzt gleich theorisieren will. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, süß. Warte mal, diese Dinge waren doch da hinten, oder? Okay, warte, ich geh kurz aus dem TS raus. Ich komme gleich wieder rein, ich mache jetzt meine Aufnahmen an. Okay. Dann muss ich noch kurz was machen und dann komme ich. Ja, bis gleich. Jetzt habe ich Essen vergessen, dich Idiot. Ah, der Idiot! Ach, gewusst irgendwas fehlt. Ja, dann laufen wir halt ein bisschen rum, weil der Part halt ein bisschen länger. Egal, ich spinne jetzt wieder auf. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Hexet, glaube ich. Ja. Ne, wir spielen Battlefield. Mit dabei sind die anderen üblichen Halunken. Ähm, Asparta, Cesar, Ich, Play und Tal. Hallo. Hallöchen. Das Beste kommt immer zum Schluss, das weißt du doch. Ah, danke. Ja, er hat zuletzt Tal gesagt. Loser. So, dann holen wir jetzt noch ein paar schöne Gardoflis aus der Gisde. Okay. Was wäre Camoflis? Gardoflis. Ah, ich hab, ich muss mir echt umziehen, Alter. Ja. Jetzt ist die Monsterfalle weg, jetzt kannst du ja da hinziehen. Ja, ich hab da, da war eigentlich mein Haus und dann wurde ich da verscheucht. Okay. Von den ganzen Monstern? Nein, von Play. Also, Scale-Rüstung. Ich, was brauche ich denn? Ich brauche Schuhe und den Helm. Hä, wo baust du dein Haus denn jetzt hin? Also, ich brauche vier. Ach man, ich bin... Wo warst du dein Haus jetzt hin? Wo warst du dein Haus jetzt hin? Neben da eins, da oben. Hatte wer Obsidian? No. Ach, kackten Dreck. Willst du die restlichen Scale-Teile machen, oder was? Ja. Ich brauche... Ja klar, aber ich brauche da ein bisschen Platz für mein Feld und so. Was für ein Feld, Alter. Ich geb... Feld. Ich geb den Döner, Alter. Ja. Mein Spaß. Am... Den Dönerwürzungen wie lecker. Ja, lecker, 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 lecker. Lecker, 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 super lecker. So. Du lebst. Lebe. Hast du Obsidian? Nein. Ach man. Leider nicht. Da kann ich... Wir können nicht Scale-Rüstung machen. Ich weiß, wo du... Ich weiß, wo du welches abbauen kannst. Dahinten ist doch ein, ähm... Dahinten ist doch ein, ähm... Nether-Portal. Oh ja, stimmt. Wow. Oh oh. Wer ist Hinua? Fail. Was ist... Schon viel. Ah, die haben eine Sauerstattung. Ich hab sogar noch einen. Hinua aus weiß? Den kenn ich noch gar nicht. MX War-Tiger, der ist 18 Mal gestorben. Läuft bei dem, oder? Tja. Läuft bei Decay, Toregaba war. Ach du Scheiße. Er hat's geschafft aus Betthöhe zu sterben, auch nicht schlecht. Also durfte er sechs Tage nix hochladen eigentlich. Nein, sein Bett ist, ähm, abgebaut worden. Wobei aber sechs Tage nix hochladen auch ein bisschen heftig ist. Hat einer von euch... Ja, bei all... bei jedem dritten Tod... Ne. Ich brauch echt Cloud Boots, Mann. Mach da doch welche. Sag mal, ähm... Ähm... Ach, Mann. Asparta? Ja. Ähm... Hast du eine Scale... Ähm... Brustplatze und eine Rüstung... Ähm, Asparta? Schuhe? Ich glaub komplett. Dann will ich dir... Drei Hexical Diamonds geben für... Schuhe und Brustpanzer. Ich brauch das doch selbst. Okay. Warte. Ich brauch das. So. Ich glaub ich hab viel Gold. Äh, ne. Ich brauch nur Obsidian, wenn ich... Äh, ich hab glaub ich... Oder wenn ich nicht guck mal in meine Kiste, da sollte Obsidian sein. Alter, ich wollte doch heute eigentlich einen Friedhof bauen, deshalb bin ich schon wieder am rumrennen, ey. Ist der Server zu? Achso, ne. Ja, wenn wir alle aufnehmen, dann kann er ja unnötig zu sein. Alter, hier hat's doch mal fetten Meteoriten reingefetzt. Ne, hast du nicht. Hoho. Krass. So, ich geh mir jetzt auch... Irgendeinen Dungeon suchen. Hatte wir Erde? Ja, ich geh dann auch... In den Dungeon. Ah. Ich such grad was, aber ich find noch nix g'scheits. Wohin? Saka, hast du ernsthaft gesagt... Jetzt mal hier in die Richtung. Hatte wir Erde? Ja. Ich muss kurz ein... Terraforming machen. Warte. Aspata, gehen wir zusammen. Wo bist du? Warte, wo bist du? Da bist du. Ich bin schon unterwegs. In welche Richtung geht ihr? Aspata, kannst du warten kurz bitte? Ne, ich bin schon weg. Stopp. Jungs. Ich bin noch neben dir. Hinter dir bin ich jetzt Potter. Ja, dann komm. Der Ganzen ist schon das Potter. Da. Alle Leute. Da sind noch Sachen. Oh nein, man starb. Ich muss noch... Ach so, ja stimmt. Cäsar. Ja? Ähm, was hast du dir vorgenommen, nichts dazu machen, ne? Wegen wir haben ja alle schon... Ähm, Aufgaben und du noch nicht. Den Friedhof. Den wollte ich gucken. Ich mach ein Schiff, Jungs. Und Play. Wann machst du, ähm, deine Essensfarmen endlich? Ohhhh. Sobald ihr nicht mal... Mich diese Dings kaputt macht. Ja, du... Du bist dafür zuständig. Warte grad, das passt sehr gut. Was ich dir jetzt sagen will über Friedhof. Ja? Genau, mach ein Friedhof. Ihr seid auf einer Straßenseite. Und auf der anderen Straßenseite ist ein Friedhof. Ihr wollt da hinkommen. Aber, ähm, die Straße ist eine Autobahn. Also da fahren Autos richtig schnell. Wie kommt ihr am schnellsten da rüber? Einfach vorm Auto springen. Jetzt. Was? Ich frag mich grad, wo mein Bogen ist. Ist das weg? Ach so. Ja, ich weiß es. Allerdings stimmt, oder? Ich weiß es. Ja, was? Ich hab's... Ich will jetzt zum Friedhof. Und ich... Mann. Ich sterb einfach. Und dann bin ich da. Das heißt, ich würde die Fußgängerampel nehmen. Alles klar, hab ich gesagt. Play hat der ignoriert sich einfach. So. Ey. War irgendwie in der Mobfalle heute ein Bogen? Oder so ein Ledger? War ein guter? Mein Bogen ist weg? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Das ist ausgelassen. Da war ein... Ja, da war einer. So ein richtig Guter. Oder einer, wo er einfach nur anbeugend drauf war. Da war ein... Ne, da war einer. Also... Da war ein bisschen armbleking drauf und so. Ich hatte die Menge drauf. Ich hatte bestimmt 100 Level rein. Ne, 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 ne. Ich hab mir einen geschnappt. Ne, ne, ne. Da war ein Dungeon. Mir ist grad nur aufgefallen, dass ich gar keinen, ähm... Dingens gar keinen mit hab. Bei was für ein Dungeon bist denn du überhaupt? Ähm, ach bei so einem ganz normalen. Ich hätte die ganze... Luch einen, aber ich finde keinen. Also ich brauch grad einen Schokobuch. Ich hab 38 Level. Ich hab 38 Level dank der Schokobuch, äh, dank der Fahr. Jetzt hab ich plötzlich 15 Holz im Winter. Asparta? Ja? Wenn du dich traust, komm her. Bei mir ist ein Dings Dungeon. Kneter Dungeon. Es geht nach unten. Ah geil. Kommst du? Komm... Oh, es leckt. Äh, ja, ich mach das hier erst... Es leckt. Es ist extrem geleckt. Ich mach das erst zu Ende hier. Oh, Ende Perle, das... Eine Schere. Hab ich auch noch keine. Ey, wie hier mal nix ist? Sch... schlecht? Ja, in der näheren Umgebung ist alles abgefarmt. Ich bin nicht in der näheren Umgebung. Ich bin in diesem Marschland hier oben. Da waren es jetzt mal drei Türme. Aber da wollte ich jetzt mal in eine andere Richtung gehen da oben, aber irgendwie... Leute, wir haben ne Tasche mitgenommen, die komplett voll war. Ey, 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 ey. Vielleicht ist ja da auch dein Bogen drin. Ähm, Asparta. Ich hab ein Dorf gefunden. Cool. Stadtrot. Ey, Asparta. Ja? Du hast mir letztens so unter die Folge geschrieben, Stadtrot, Alter. Ja, da sollte Stadtrot hin. Ich fand die Stadt richtig hässlich. Die Stadt ist richtig geil. Nee? Klar, ich wäre da voll gern hingegangen. Welche Stadt? Ja, okay, besser als unsere. Ja, Sarkal war letztens in so einer Stadt, das hab ich in einer Folge von ihm gesehen. Und in die Stadt sollte eigentlich noch eine vierte Stadt kommen, die hier mit beim Projekt macht. Okay. Ich hab's dann dagegen entschieden. Warum eigentlich? Ja, weil die sind zwar aber irgendwann springen. Ja, ne, wir haben ja gewissnutzt, aber... BAM! Ein Krokodil! Kommt das hierher! Ja, aber wenn das aber schon bei... Äh, ja... Bei 10 Chocobo's... Black weg. Naja, eben. Wir müssen dann auch mehr Rahmen haben. Alter, da ist der Tod. Wie tötet man den? Was? Der Klatschen. Der ist richtig stark. Ja, der Schaden hat sich einfach noch nicht aktualisiert. Also das Leben. Hey, so schlimm ist der nicht. Ja, der bekommt keinen Schaden. Doch, klar, ich hab den getötet. Oh, nachdrehbar. Ohhhh. Alter, hör auf mir, du scheiße Sarkal. Ich mach doch gar nix. Das Skedett, das packt sich hier durch den Boden. Was ist los? Mann, ich hab meine... Ich hab meine goldene Feder verloren. Alter, wo ist das? Hast du keine Cloudboots? Nee, ich hab ja Tribalrüstung. Was mir auffällt, die Dungeons, die packen auch mega oft die Kisten. Die lassen sich nicht öffnen. Ja, da muss ich... Bei den ersten und zweiten, da geht das nicht. So... Was redest du? Also bei dem letzten und dem vorletzten, da kann man die nicht aufmachen. Was ist denn das für ein Scheiß-Kaff hier? Das geht erst, wenn der Boss tot ist. Ja, ich hör den Boss schon, jetzt bin ich auch letzte Etage. Ach so, erst wenn der Boss tot ist. Ah, okay. Wo ist er? Wo ist der Spacko? Eiskalt suche ich dir jetzt einen Feder. Hä? Ich hoffe, ich hab Goldnitz. Alter. Komm nach oben, ich hab auch Federn. Ich hab genug Federn, aber ich hab nicht so viel Gold. Hä? Wo bin ich? Oh, bin ich. Ja, der stirbt nicht. Wer denn? Der Boss, der bekommt keinen Schaden. Doch, jetzt. Boss dies... Boss dies... Bei mir lag nix. Bei mir lag nix. Nee, bei ihm, dass die... Dass die ganzen Schaden sonst eigentlich passen. Alter, ich glaub mein Minecraft ist richtig flüssig geworden. Ohne Scheiß. Durch was? Ja, mein Mixed. So. Nee, aber was hast du gemacht? Ja, irgendwas hab ich gemacht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das hat funktioniert auf jeden Fall. Weiß ich nicht, Alter. Wofür kann man so viele Emeralds brauchen? Nope. Nee, alter Dreck. Überster Dreck. Das bringt gar nix, ne? Hey, ich glaub ich hab so'n Special Dungeon Dings, der nach unten geht gefunden. Oh ja, geil. Ja, was? So'n Dungeon, der nach unten geht. Achso, ja. Hab ich auch gefunden. Neder Dungeon Dings. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ey, dieses blöde Sumpfland geblödel. Da musst du immer von Stein zu Stein hüpfen, wenn's dein Leben... Ah, ist zum Kotzen. Boah, geh weg. Magic Mario. Ähm, Leute. Bei euch steht ja da... Was zur Hölle? Ihr könnt ja auswählen, wieviel RAM ihr bei Minecraft hinzufügen könnt, ne? Ja, ich kann bis zu 8. Macht nicht zu viel, das leckt dann auch. Ich hab... Ich hab... Hä? Irgendwas mit Memory. Ich hab das was geändert, irgendwie. Out of memory. Aber anschein... Was? Wenn der Out of the Boi steht, dann brauchst du mehr RAM. Für die Welt. Out of memory. Du musst uns näher erklären, was da steht. Was? Ja, keine Ahnung. Ich will's nicht hexen schließen. Auf jeden Fall. Egal was da steht, es ist flüssiger geworden. Kann ja. Ich vermisse meinen Bogen. Wo ist der? Ja. Ich hab zwei Ledger Balls. Nein, drei ohne Verzauberung. Und du kannst keine Ahnung. Kann dir einen schenken. Aber... Ja. Rentieren sich diese Netatürme? Wie bitte? Die sind schwierig. Die sind schwierig. Ja, aber gibt's da gutes... Die sind schwierigsten Türme. Guten Loot drinnen? Ja, die sind... Wie nach unten gehen. Ja, ja. Da gibt's besseres als in den normalen Türmen. Die sind ja auch viel schwerer. Habe ich gefunden gerade. Dieser blöde Southend-Nerv. Der ist mir so übelst langsam die ganze Zeit. Southend? Darfst du? Ja, hier bei... Bei diesem Netatürmchen da. Achso. Achso, ne. Ich hab grad... Ne, der, der nach unten geht, ist daneben. Aber ich muss mal schnell in den roten reingewieselt hier. Äh... Ist bei dem, das runter geht... Äh... So ein Ding... Äh... So eine... So eine Kirche. Eine Kirche? Eine Kirche? Nö. Bekomm ich Fallschaden, wenn ich mit dem Elektro-X-Dev unterwegs bin. Wenn du den in der Hand hast, glaube ich nicht. Ne, ne, wenn... Wenn du, äh, keine Cloud putzen kannst, dann hier. Echt? Ja, ich bin schon gestorben, ja, ja. Oh. Ja, was dann? Was mach ich jetzt? Ich hab auch kein Gold. Ne, dann musst du ganz langsam landen. Warte mal. Das wird nicht so gut. Guck auch. Hier ist aber irgendwie nur Scheiße drin in dem Turm. Achso, doch. Ich hab noch einen goldenen Feder. Immer... Du kannst direkt nach ganz unten durchlaufen und dann den Boss machen. Ganz unten sind eh die besten Sachen. Ne, ne. Ich bin in dem Netaturm, der nach oben geht. Achso, ja. Die sind ja auch nicht gut. Da sind keine guten Seiten drin eigentlich. Achso, ja. Dann hau ich hier wieder ab. Cäsar. Cäsar. Ja. Ist bei dir in der Nähe, äh, beim Netaturm, ist da so ein... Da warte, wie heißt das? Ist da ein Herbstwald? Ne, das hier ist Flachland da drum rum. Flachland, Eis und so, so Sumpfgebiet sind die nächsten Biome. Ja eben. Dann sind die, glaube ich, schon selten. So, ne. Räume sind ja keine. Bist du bei, bei einem Turm, wo du fast nicht hinkommst, weil der im Wasser ist und das ganze Wasser um den Turm drum rum nach unten, äh, abfließt? Ne, aber... Das sieht voll irre aus, das Teil. Ach, da ist der Eingang. Wann da. Was ist denn da? Alter. Entschuldigung. Was machst denn du? Ja, das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war eine Verarschung. Boah, Arschbinnen. Das versteht... Wtf? Wtf? Alter, das ist ein Boss Boss. Das ist ein Boss Boss. Ich habe ein Boss Boss hier. Was ist ein Boss Boss? Hey Boss Burrus, Alter. Was ist denn ein Haunted Armor? Was ist ein Boss Boss? Alter, ich schwöre es. Er hatte... Ihr kennt doch diese Boss-Dings. Ein Blau. Diese Boss-Dings. Wie heißen die... Boss Boss? Wolleck, wolleck! Ein Minotauro-Dungeon. Nicht pass. Alter, sag... Rieb doch, Mann. Ekelhaftes Vieh, ey. Moment, ich... Best Dungeon ever, Digga. Wir rollen von mir alles, Digga. Sag mal, gibt's Dungeon mit Minotaurin-Geistern? Ja. Gibt's da gute Sachen drin? Stirb, stirb, stirb. Keine Würstchen. Keine Würstchen? Der Speer ist ja voll geil, ne? Der ist gut. Ich wüsste... Hast du Danke gesagt, mein Lieber? Ey. Mach doch mal einen Hit auf jeden Fall. Wie macht man eine... 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 Eine was? Eine Tür. Ähm... Von mitten... Also eine Zauntür. Oh, leck. Was ist hier? Ey, diese Spinnweben, die sind übel. Äh, Zauntür... Äh, die unteren sechs Felder, rechts und links zwei Sticks und in der Mitte... Äh, die normalen... Flanken. Glaube ich. Ich bin voll der Noob, ich kann mir gar kein Rezept merken. Ich guck für alles nach. Sogar für ein Bett. Ich schwör. Ja, ich schwör. Ich bin das auch. Ich bin kein Noob. Ne, nicht. Alter, ich bin nur die Vorhinein. Ich bin nur die Vorhinein. Ich bin nur die Vorhinein. Wisst ihr was, was, was dieser Dings mir gedroppt hätte? Ich weiß schon. Eine Zwiebel? Eine Zwiebel? Ja, der Saka, der Spinnwebte. Er glaub mir, das ist witzig. Ich bin nur die Vorhinein. Alter, nicht Spaß? Ja, bist du auch, bist du auch. Ja, wir sind zu viert und haben kein Glück. Und haben kein Glück. Ja, dein Deutsch ist bekannt. So. Ach komm, jetzt war in dem Dungeon schon jemand. Das ist doch ekelhaft. Wenn ich mein Riftblade mache und dann irgendwo hingehe und ein Riftblade mache, komme ich dann in diese Stadt dort hin. Alter, der ist schon wieder gestorben. Was ist das hier? Ach, hier sind Meteoriten eingeschlagen. Der ist von einem Pigman gekillt worden. Alter, der ist schon 18 mal gestorben. Nicht mal ich war so schlecht. Ich hab nur 7 Tode. Ich bin noch gar nicht gestorben. Da bist du. Ja, wegen dir, du Schocko. Ja, du hast nämlich kaputtgeschlagen. Trotzdem, der Ding sagt, dass du schuld bist. Ach, du bist auch ne kleine Petzlise. Ja, ich halte dich los. So, ich finde das wirklich Wörtchen, Saka, du bist. Ein Naturphänomen. Kann der sich eigentlich nicht mal wettmachen und einfach mal schlafen oder so? Wer denn? Ja, der, der so oft gestorben ist dann. Henoa oder Mr. Wagtiger oder Mr. Green Monster? Roten Tiger. Roten Tiger. Henoa ist auch da. Henoa ist cool. Henoa ist korrekt. So, also die Aktion hier in dem Dungeon ist etwas für'n Arsch. Okay. Und jetzt? Kaka wo? Kaka wo? Hehehe. Hehehehe. Zack, zack. Was machen wir mit diesem Spiegel? Diese Magic Mirror? Damit kann man sich im dummletzten Ort forten, wo man war. Ach echt? Da kann ich mir oben drücken? Ja, ich weiß glaube ich, was man dann macht. Also wenn man über freiem Himmel steht, dann ist das gespeichert, wo man als letztes Mal freiem Himmel war. Genau. Es muss hell sein, glaube ich. Da kommt man dann wieder hin. Meine Scale-Wuse ist kaputt. Das ist schlecht. Scheiße. Ich hab 64 Erfahrungsflaschen, alter, alter. Au. Will das Arsch wie? Alter mein ganzer PC hängt krass. Das ist richtig krass. Na gut, ich mach mal einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Servus.